Hallo, leider muss ich euch wieder eine Nachricht überbringen, die nicht so positiv ist. Der Damakash-Server ist nicht am Start. Ich habe jetzt mit Damakash auch noch nicht darüber gesprochen, leider. Wie der Stand der Dinge ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ja, leider komme ich nicht drauf. Ist nicht aktiv. Irgendwo ist hier ein Monster. Ich weiß aber nicht wo. Und somit kann ich leider auch jetzt nicht da irgendwas machen. Ist halt so, ne? Jetzt ruckelt es selbst bei mir. Nein, alles okay. Ja, da oben ist der Turm. Den muss man mal weiterbauen. Kann mich gar nicht mehr entsinnen, was wir hier alles haben. Auch hier unten hat man noch einen Verlies. Wo es richtig runter geht, ne? Auch schön. Weil das gerade eben ein Schafost am Nähn war, oder was? Okay. Okay, hier ist irgendwie Holz drinnen. Treppen ist das Feuerzeug, okay. Gut. Das Monsterfrott ist das Fleisch, okay. Große Truhe. Schreibfehler da oben. Egal. Ja, ich denke mal, hier ist jetzt auch nichts Besonderes zu gucken. Hier ist halt die Welt von mir, die ich privat spiele. Aber in letzter Zeit auch gerade nicht, ne? Hier lauter Schafe. Ja, das Getreide, ne? Müsst du mal was essen, glaub, ne? Mal alles einsammeln. Ist da was reingefallen? Nein. Da auch nicht. Da ist was reingefallen. Alles weg hier. Ja. Gut. Und dann setzen wir mal wieder was an. Wieder so, ja. Sieht schick aus, das Grafikpack. Das gefällt mir ziemlich gut. Und, ja. Das Wasser sieht schick aus. Alles sieht schick aus, ne? Die Truhen fand ich auch cool mit den Beschlägen da dran, ne? Oh. Leider nichts mehr da. Ja. Ist noch ein Momentar was? Ne, ne? Doch, da ist auch 64er Stack, alles klar. So, Getreide kann wieder wachsen. Und... Ja. Man müsste dann Brot machen, ne? Ich war hier nicht in der Kiste, wo ich das machen kann. Äh, da, ne? Auch Brot war auch noch genug. Eigentlich bräuchte man das gar nicht machen, ne? Also, äh, wo macht er das jetzt nicht? Ach, Shift-Taste wahrscheinlich, ne? So, jetzt haben wir's. Gut, passt. Das da hin. Und hast ausgewählt. Jetzt hab ich wieder was falsch gemacht. Auf die Kiste gezeigt und deswegen hab ich da nichts gegessen. So, noch ein lecker Brot, alles gut. So, haben wir da was weiter gemacht, aber... Ich denke... Ja, weiß nicht. Ich will hoffen, dass nächste Woche... Oder bei der nächsten Folge, sagen wir mal lieber nächste Folge, dann wieder... Der Server da sein sollte. Ich muss dann nochmal nachhaken, dann gibt's neue Informationen. Falls nicht, dann... Hm, ärgerlich. Dann denke ich mal, bauen wir hier den Turm weiter. Der hier oben ja noch brach liegt. Damit wir was haben. Falls es euch... Zu langweilig wird, guckt wieder rein. Und dann bauen wir diesen Turm schick, ne? Okay. Echt herzlichen Dank fürs Zuschauen und... Bis dann. Tschüss. Vielen Dank.